Ja Leute, was geht ab? Mit dem Port Maurice bekommt ihr ab jetzt 10% bei Everjump für die besten Seile. Ihr könnt hier einfach das Ding rausdrehen, zack, wieder rein drehen und anfangen zu springen. Es gibt noch mehrere Seile, die man hier draufkommt. Nach verschiedenen Schwierigkeiten, das sind verschiedene Gewichte. Also Leute, 10% mit dem Port Maurice. Check die Seite ab und let's go. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren. Mami das確 arbeiten. Los! 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 Ich bin Ronny Pellis von Oberhausen, Marie Arno! Ich bin Ronny Pellis von Oberhausen, Marie Arno! Ich bin Ronny Pellis! Ich bin Ronny Pellis von Oberhausen, Marie Arno! 1-2-3 1-2-3 3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 2-3 2-4 3 3 4 5 Ich geh mal auf andere Seite, dann haben wir zu. Nö, hier ist es. Zwei Schöpfe, die sind sie. Sie sind sie. Arbeiten, Arbeiten. Arbeiten. Arbeiten! Arbeiten, Arbeiten! Arbeiten! Das war der Mann der Schauspieler. Jawoll! Von außen, von außen! Jawoll! Schau, schau! Jetzt noch an den Radius! Jetzt noch an den Pferde! Schau, 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 schau! Schau, schau, schau! Schau, 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 schau! Schau, schau! Schau, 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 schau! Schau, 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 schau! Glockenzeichen Über die Hände, Hände! Über die Hände, Hände! Schlau, Schlau! Schlau! Räume arbeiten rein! Über Volumen, nach Volumen, Mann! Nach Volumen, nach Volumen, nach Volumen, Läut! Auf die Hände, Hände! Hände! Gältens die Gäste, Hände! Arme ziht, den Haagmann! Was ist los, komm, du musst Arbeit jetzt! Weiter! 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 Meter! twelve. Throckenstelle Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Melika Lappel! Gut. Ja, 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 ja. Ich bin nicht schief. Jetzt kommen Sie, hey, komm. Sehr gut, jetzt kommen Sie. Hey, der ist der Runde, komm her. Komm her. Komm her. Hey, 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 hey. Heimann! Heimann, Heimann! Heimann, Heimann! Heimann. 3 Rounds of Fighting The judges have made their decision The official scores 30-27 29-28 And 30-27 For the winner by unanimous decision From the Red Corner Maryse Haakon 2 Rounds 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 Yo Leute, was geht ab? Ich wollte mich nochmal bei allen bedanken für den Support und das Feedback auf meinen letzten Kampf Ohne euch wäre das nicht möglich Mir ist auf jeden Fall ein riesen Stein vom Herzen gefallen wie man sehen konnte Ich wollte euch nur nochmal sagen Youtube möchtet euch planen wie ein Video Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir machen weiter Jede Woche planen wir ein Video mit hinter den Kulissen und allem drum und dran die Einti Scenes Und ja, was ich sagen wollte Checkt auf jeden Fall Everjump Up Bestes Springseil mit dem Code Maurice könnt ihr 10% sparen Jeder weiß, ich springe sehr sehr gerne Seil und ohne Seilspringen Also bei mir ist immer im Training Seilspringen dabei täglich Checkt das auf jeden Fall ab und wir sehen uns in den nächsten Videos wir sehen uns in den nächsten Video wir sehen uns in der nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020